Die Po-Vergrößerung wird in unserer Klinik in einer kurzen Vollnarkose durchgeführt, wobei man zwischen einem ambulanten oder einem stationären Aufenthalt auswählen kann. Bei dem Eingriff wird über einen kleinen Hautschnitt zwischen den Pobacken ein Silikonimplantat eingelegt. Wir arbeiten hierbei ausschließlich mit Silikonimplantaten von höchster Qualität, welche eine lebenslange Garantie haben und nicht wieder ausgetauscht werden müssen. Die Implantate werden mittels Einführhilfe, einem sogenannten Kellerfunnel, eingelegt. Diese spezielle Technik ermöglicht uns einen sehr kleinen Schnitt, welcher nur ca. 2,5 bis 3 cm beträgt. Die Implantate werden unter den großen Gesäßmuskel eingelegt, was ein sehr natürliches Ergebnis erzeugt und auch für die Stabilität der Implantate sorgt. Die komplette Operation dauert knapp eine Stunde. Nach der Operation kann die Patientin direkt wieder sitzen, auf dem Rücken liegen, stehen und gehen. Eine körperliche Schonung ist für eine Woche anzuraten, um ein möglichst perfektes Abheilen zu gewährleisten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017